Tobis Penis begrüßt uns heute zu einer neuen Runde äh, Last Year The Nightmare, so hieß er, ne? Hallo, und tschüss. Ja, der hat ne ganz, ganz, ganz hellige Stimme. Ich bin Pipsi, der Pipi. Ich weiß, ich bin ein Fleischhudi, Alter. Nein, Barbara, nein. Tobi, hat dein Penis mehrere Persönlichkeiten, Alter? Ich hab keine Ahnung. Pipsi, der Pipi, Alter. Die Hose bummelt, ey. So, Mitte mal ist wieder Taxi, ne? Taxi, Taxi. Und wir machen ihn jetzt fertig, wir machen den Wooser fertig. Den Wooser machen wir fertig jetzt. Nein, nein, der Wooser ist wieder Killer. Den Wooser machen wir fertig. Oh yeah, Freunde, jetzt ist es soweit. Einfach mit dem Strichmännchen einfach über die Benke. Das wird so... Oh nein, ich kann meine Maus wieder nicht bewegen. Ich bin der Blender. Oh nein, 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 nein. Ja, ich hab's auch nicht. Ich hab's auch nicht. Oh, mit rechtem Mausklick geht's. Rechtem Mausklick, dann kannst du die Maus bewegen. Wir brauchen einen Healer, Leute. Oh nein, wir brauchen einen Healer. Ich hab gewartet, dass du sagst, was du nimmst. Ja, Curry, warte. Ja, das war bei mir komplett random. Okay, das ist das natürlich scheiße. Kann ich das noch wechseln? Nee. Curry, was machst du, dass ich so nirrt? Lass mich komplett in Ruhe, wir sind in derselben AG, okay? AG, Alter. Okay, lass uns mal konzentrieren jetzt hier. Okay. Okay. Ich hab's das Gefühl, wir werden immer unkonzentrierter. Hier wieder zusammenbleiben, Leute. Wieder zusammenbleiben, Leute. Komm, auf geht's. Das klappt jetzt schon mal nicht. Wir holen uns die Disc und ab geht's. Oh, geil, gut funktioniert. Das heißt, wenn ich mich die ganze Zeit umsehe. Danke, Tobias. Das war falsch angehört. Wenn ich mich die ganze Zeit umsehe, kann er jetzt auch nicht hinter uns spawnen, oder? Wenn eine Wand dazwischen ist oder so, dann schon halt, ne? Aber ja, einfach irgendwo in der Treppennische geht immer. Okay, ich hab, ich hab, äh, die Disc. Hey, ich bin Chad. Ich hab die Disc und esse die jetzt auf. Okay. Oh, die schnaufen immer. Okay, kann ich, kann ich, okay, ich kann mir eine Gasgranate machen. Okay. Okay, der ist auf jeden Fall in der Nähe. Der, der checkt uns gerade aus. Okay, let's go, Leute, komm, auf geht's. Denk dann, hier ist, ne, pass auf, wenn du hier runter gehst, hier ist so eine Dings oben, ne? So eine Glaskuppel. Dafür muss er den Killer aber haben, dafür muss er den Killer haben. Ich weiß, wir wissen halt noch nicht, wer er das ist. Kannst du nicht sehen, ob er da oben drin ist, Erik, in diesem Fenster? Nee. Oh, hier fallen sie da unten. Der müsste noch da stehen. Ich scheiß auf die, wir gehen einfach weiter. Ich muss mal fallen, die sind schon mal fallen. Lass sie einfach liegen, ist egal. Ja, scheiß drauf, wir gehen einfach weiter. Okay, Leute, komm, wir schaffen das. Schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Oh, ich brauche noch diese scheiß Scraps, damit ich mir Molly machen kann. Hm? Ich brauche noch Scraps, damit ich mir Molly machen kann. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Oh, Leute. Ist er da drin? Ja. Ja. Er ist da drin. Er hat die Wand durchgeschlagen, Vorsicht. Finde ich, ist aber irgendwie suboptimal. Ich glaube, er hat sich wieder ausgelöst. Ja. Er ist hier unten, glaube ich, oder? Keine Ahnung, du siehst die Spuren, Erik, du kannst das sagen. Ich lebe momentan gar nichts. Oh, hier oben sind fallen. Oh, Leute. Er ist der Axtmeister. Oh, Leute. Oh, Leute. Drauf, 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 drauf. Jawohl. Geht drauf, wir gehen. Nice. Könnt ihn. Rügel, Leute. Nein. Das gibt's doch nicht. Nein, kaputt. Kaputt, hauen, kaputt. Oh, mein Gott, wie hält der denn aus, Alter? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wie viel Frist der, sag mal? Ja, das ist der Axt. Wir haben mal wieder kein Heal. Und er legt jetzt einfach 30 Fallen. Du musst jetzt Heal nehmen, Alter. Du musst jetzt Heal nehmen. Sag mal, Tobi, warum? Hä, was denn? Das war mein Turret. Du hast die Turret zerlegt, glaube ich. Okay, er kann sich nicht heilen. Ich dachte, das wäre die scheiß Falle gewesen, die da stand dahinter. Was ist denn her? Ah, sorry. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hau hinter uns. Da ist er, da ist er, da ist er. Ein Horn, ich bin down. Ja, ohne Healer ist er echt scheiße. Ja, ja. Wir können halt nicht hauen, Alter. Das ist blöd, ne? Als Nerd kannst du sonst nichts machen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Obwohl ich Muskeln hab, ey. Du bist WUW-Level 99, das ist doch wichtig. Okay, danke. Nice, Erik. Haben wir jetzt schon einen Medic? Brauchst du Taxi? Komm runter, Leute, Vorsicht. Ja, ich hab die Hele. Wo ist er? Ah, cool, danke dir. Oh, Leute. Harry, was war das denn? Ich bin runtergefallen. Ey, stopp! Der hat schon auf dich draufgesprungen, Alter, was? Ah, ich dachte, der geht nur eine Etage tiefer. Dann wäre das viel besser gewesen. Okay, hast du Healing jetzt, ja, ne? Ich hab Hele, ja. Uff. Okay, perfekt. Okay, dann nehm ich, äh, oh Gott. Ich nehm die Technik, ich nehm die... Oh, Mist. Oh, nein, Pan! Ja. Nein. Ah! Oh, danke, danke, danke. Alter, der hat mich auch noch. Der hat mich auch erwischt, halb blind. Was machst du? Nein. Komm, der kann nicht mehr ziehen haben, Alter. Okay, wir waren noch auf dem Marsch wieder... Ja, aber wie viel... Ich nehm Medic, ich nehm Medic. Nein, wir haben noch einen, Pan. Wir haben noch einen. Ich bin wirklich gestorben, ich liege in Bücher. Was? Was? Okay, das war's. Tschüss. Einschlag, Alter, einschlag. Der gibt mir einen Schlag, ich bin tot. Hat der überhaupt noch Spaß am Spielen? Nach zwei Minuten alle tot? War's das? Ich mein... Ah, nee. Taxi ist noch da. Nee, Taxi lebt noch. Oh, nicht mehr lange. Das wird ja jetzt sowas von Geschichte sein, Alter. Das kann doch nicht sein, ist das immer so. Aber keine Rescue... Oh, warte mal, doch. Ey, scheiße. Meine Nase juckt. Ah. Ich brauch 25 für den Flammenwerfer. Wir können halt nicht hauen, Alter. Wir sind ja richtig am Arsch. Lass dich hauen, lass dich hauen. Konzentriert euch. Oh Gott. Ähm. Okay, wir müssen ein paar da jetzt rausholen. Panik, kann hauen. Oder? Ja, ja, genau. Ich glaube, der lässt euch gerade Leute rausholen, ne? Aber ich glaube, der will nicht, dass ich da rauskomme. Warte mal, diese... Diese Klappe... Ich glaube, ich... Ja, es war so klar. Natürlich. Komm schon, Panik, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Vorsicht, der ist hier noch. Der kommt hier durch, der kommt hier durch. Oh Gott. Panik, du musst hier... Du musst uns helfen irgendwie, keine Ahnung. Der hat auch nicht mehr viel. Der ist fast tot. Ja, der ist halt echt fast tot. Was? Der kommt gar nichts mehr. Mit einem Schlag? Ja, ja, hat er bei mir auch gerade gemacht. Der hat fast gar nichts mehr gehabt. Das hat er bei mir auch gerade gemacht. Mit einem fucking Schlag? Ja. Ist das nicht ein bisschen sehr over? Ja, ja. Ja, du hast halt auch kein Leben gehabt, Pan. Hast dann erst wieder respawned. Ich bin halt tot. Ah, so. Wer ist jetzt tot? Ach, Mann, das ist doch scheiße, Mann. Wir dürfen unseren Mut nicht verlieren, Mann. Ja, aber wir sterben ja die ganze Zeit alleine. Nee, nee, geht da nicht runter. Wir können gegen den einfach nichts machen, Alter. Der ist so krass für uns. Wir sind auch voll den Spaß raus, ey. Stell dir vor, ein Killer könnte jetzt jemanden von uns remittieren. Er ist hier bei mir. Er ist hier bei mir. Er ist hier auch in den Raum schreien. Komm, Tobi, du kannst ihn killen. Du kannst ihn killen, Tobi. Ja! Ja! Nein, nein, nein. Dobi! Ja, Wichser! Wenn Tobi sauer wird, der holt einmal raus, dann liegen alle. Holt uns die irgendwie raus, schnell! Mit seinem Penis hat er ihn gerade getötet. Er hat ihn gerade getötet mit seinem Penis, mit seiner Fleischpeitsche. Der Tobi hat alle kaputt gemacht. Geil. Sehr geil. Tobi, ey, bester Penis EU-West. Ich glaube, es hat... Nein! Oh, das war jetzt aber... Tja, Erik, ne? Uli, komm, Leute befreien, Leute befreien. Weißt du? Hopp, 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 hopp. Die warst du, Gott! Oh, ich kann nicht mehr rennen, Alter. Leute befreien, Leute befreien. Komm, hopp, 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 hopp. Ich mach einen Schlocker. Vielleicht wird das. Oh, ich glaube, ich bin das. Ja, du bist das. Du bist das. Nice. Oh, nee, ich darf nicht... Kannst du den Türen dazumachen, bitte? Was? Was? Erik ist wichtig. Ah, nein. Erik ist super wichtig mit Sam. Warte, Tobi, warte, warte, warte. Ja, geht so. Geht so. Ich bin keine Ruhe zu sind. Bleib zusammen. Wirklich wichtig. Bleib zusammen. Wir müssen noch jemanden holen gleich. Hinter euch! Der ist da, der ist da, der ist da. Nein! Oh, mein Gott. Wir müssen hier runter irgendwo. Komm, komm hier runter. Hier rechts, hier rechts, rechts. Vorsicht, Erik. Nein, nein, Alter. Okay, ich lebe aber noch. Ich lebe aber noch. Komm runter, wir müssen gehen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Arce, kannst du blenden? Kannst du noch wieder blenden? Nee, nee, noch nicht. Hier durch, hier durch, hier durch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich hab einen Schocker. Oh, ja. Der holt euch, der holt euch. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ja, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, hol ihn, nice. Park kann auch hauen. Komm auch runter. Hallo. Ihr müsst da durch, ihr müsst da durch, Erik. Ja, warte, 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 warte. Ich mach mal kurz, ich mach mal kurz gerne Granate. Ey, du bist ganz allein, ne? Wo sind die anderen? Ich seh die gerade gar nicht mehr. Die sind durch die Lüftungsschaft. Du musst die Lüftungsschaft. Unten. Nein, 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 nicht den. Ich mach einen Monotoff-Cocktail. Ja, auch, ich auch. Hier auch. Unten auf dem Boden. Ich kann auch hehlen. Ja, aber ich seh doch die Umrisse normalerweise. Ich seh die gerade gar nicht mehr. Ach, da. Genau unter mir. Ja, geh durch den Lüftung, Schatz, da bist du schneller. Oh. Hier? Nein, der war draußen an der Wand, an der Außenwand, rechts. Ich geh aber hier lang. Okay, ja, das geht auch, das geht auch damit. Ja. Oh ja, super. Okay, dann bleib einfach zusammen hinter dir. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut. Oh Gott. Dankeschön, dankeschön. Alter. Okay. Ihr schafft das, Leute. Okay, ihr fragst wieder alle am Leben, ist gut. Ihr schafft das. Holen wir Curry noch wieder. Achso, Alter. Okay. Äh. Bist du da unten lang? Nee. Äh, ich sag mal, wir sind oben lang. Ich weiß nicht. Ey, das ist so spannend, wenn man zuschaut. Das ist so krass. Ich glaube, ich kann hier durch. Ja, ich bin wieder in der, genau hier bin ich. Wenn ihr mal rennt, habt ihr keine Ausnahme mehr, wenn ihr kommt. Hinter euch, hinter euch. Molotov, Molotov, Molotov. Sehr gut, sehr gut. Direkt daneben. Ich bin durch Fenster. Nein, Tobi. Pan, geh weg. Da ist keiner. Ich komm da nicht hin. Ich lass damit. Nicht alleine da reinrennen. Er ist schockt. Weg, Pan. Geh weg. Nein, Tobi. Au. Was ist der denn da? Ihr dürft nicht sterben. Geht weg. Alleine könnt ihr nicht. Ihr müsst zusammen angreifen. Vorsicht, hier war eine Falle. Nein. Ich bin gestorben. Was? Man muss runter. Oh, ist Pan. Bist du auch gestorben? Nein, ich bin hier. Das Ding ist, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Ich kann da nicht runterkommen. Oh, lol. Kann ich dir helfen? Ich glaube schon, ja. Oh, Gott. Er ist wieder da. Oh, nein, Alter. Wir müssen runter, Leute. Runter? Wenn ich da runterspring bin, bin ich tot. Scheiße, Alter. Ich holte da den Erik. Nein, er hat zugemacht. Shit. Ich bin hier arschlich. Warte mal, können wir nicht durch den Lüftungschacht, dann geht's doch wieder nach unten, oder? Er ist wieder fallen. Erst bei mir wieder. Geht's doch nach unten, Tobi? Äh, Pan? Ähm. Ja, doch. Okay, nice. Oder? Nee, wir sind hier oben. Da oben. Alter, was war das denn? Durch die Wand. Der ist durch die Wand gekommen. Alter. Was ist das denn? Was ist das denn? Karimärte, wo bist du? Alter, was war das denn? Okay, der hat ne Mine, ich hab ne Mine dahin geballert, der hat nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel. Ich hab noch Money, ich hab noch Money. Ich kann nicht mehr viel, ich hab noch Money. Was war das denn zum Teufel, da? Oh, da ist die Diskette, da ist die Diskette. Nein, die hat die mitgebracht. Ja, ich spreche, ich spreche. Oh Gott. Ach komm, das, ich hab mich noch getroffen, verdammt der Fick, Alter. Mann, das regt mich auf. Ich kann mich nicht mehr angreifen, Mann, ey. Alles gut, Leute, alles gut, ruhig euch. Fick dich, Wiese, Alter. Fackst du mich ab, Alter. Das Böse hat ich, ich bin drauf, ich wollte anregen. Ja, der macht halt viel Schaden, ist halt... Oh Gott. Ach, der hat uns aber vorhin auch mit dem Axtypen gewonnen, hätte das stimmt doch auch was nicht. Ja, ja klar. Der gewinnt mit allem. Ja, der spielt halt gut. So'n Typen hab ich eigentlich noch keinen Bock, Alter. Na, Hase, ist gut. Ich hab die Disk reingeballert. Ich hab die Disk reingeballert. Oh Gott, wo rennt denn der hier lang? Nein, eine Sekunde davor. Alles klar, ich bin am Ende nur HD. Ich bin... ist vorbei. Du kannst es noch schaffen. Ach, das warst du. Hol irgendjemanden raus. Ja, bestimmt. Ich würd den Erik raus tun, weil der halt dieses Blitz-Dings da machen kann. Ja, ich... ich hab keine Ahnung. Ja, der ist halt so weit weg. Ach so, okay. Bitte nicht mich. Das ist halt überhaupt nicht, wo der hinkommt. Bitte nicht mich. Also, es ist einfach zu krass heute unser erstes Mal und er ist halt ein Imba-Killer, ne? Der hat schon ein paar Mal gespielt. Ja, davor war's echt cool. Also, der ist halt so mega im Tryhard-Modus, das ist echt übertrieben. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber wir müssen das in die Server. Ah, Mann ey. Ich war trotzdem gewinnerst am Ende. Ich war einfach trotzdem erstes. Aber lass bitte einer von uns am Ende wieder Killer sein. Warum sponziere echt keiner, Mann? Ja, das wollte ich aber erst. Ich bin tot. Nein. Lieber frei, Mann. Lieber tot als ein Typ. Alter, oh oh oh. Ich hab mein Leben aufgegeben. Ich hab mein Leben aufgegeben, Alter. Ich hab mein Leben aufgegeben, Alter. Da ist scheißegal. fucking geil. Moin, gönn dir. Das ist echt toll. Oh Gott, nein. Oh, Alter! Ohohohohohohoho. Die Kamerinnen stand doch gerade. Ohohohohohohoh. Ohohohohohohoh. Oh Gott. Ey, was ein Wichser. Was ein Wichser, ey. Alter! Liefert! Cheater! Liefert! Mann, ey! Ja, lass mal bitte eine neue Lobby machen, sonst, ey, das ist echt... Boah, ich frag der auch noch, willst du mich verarschen? Ich wollte grad noch schreiben hier, just teenagers wanting to live. Mann, aber bei sowas bin ich immer so, ich will's denn so lange machen, bis ich es schaffe. Ja, gut, aber das ist natürlich jetzt, kannst du, eher natürlich der Killer. Champions? Champions! Ey, wir können doch nicht wieder gegen den spielen, Leute, ey, das macht mich aggressiv. Okay, komm, wir probierens. Ja, ey, komm, los geht's, das schaffen wir, ich will das Gewinner. Okay, geil. Komm, diesmal, diesmal schon immer, Knappys Maus funktioniert auch. Diesmal mit Heal vielleicht. Ready, ready, ja mit Heal. Ich kann halt am Anfang einfach nicht auswählen, das ist halt voll behindert. Du musst in der Auswahl, in diesem Auswahlmenü, ne? Wenn die Maus nicht geht, rechte Maustaste einmal drücken, dann geht's. Ah, okay. Nice. I will kill you, in game. Der Typ ist so im Schwitzen, ey. Ey, ich bin auch grad am Schwitzen. Der Güm. Ich weiß, wenn er Killer ist, steht er wieder oben. Was, wo steht denn das? Ne, was? Ne, wenn er Killer ist, steht er wieder oben. Ach so. Ach, Leute, komm, wir machen's jetzt, wir machen's jetzt. Aber hier ist ein Plan. Du musst ihn random beleidigen, weil er zu gut ist. Fucking Camper-Sau. Oh nein, Jim. Was, wie Jim? Hey, was war das denn? Oh nein, Jim. Er ist tot, Jim. Nein, wir müssen nicht wieder auf dieses Ding da oben drauf machen. So, ich nehme jetzt, ich nehme jetzt Medic. Max, hä, ihr habt schon Medic genommen. Okay, dann nehme ich Technik. Ne, ich muss den Scout nehmen. Nehmt jemand den Scout? Ja, komm. Ja. Jetzt habe ich auch Medic, Alter. Was ist denn da los? Hä, was? Ich bin jetzt Technician, okay. Hey, der Erik ist Killer. Hä? Ne, Quatsch. Doch, du bist Killer, du Arschloch. Ich bin Blender, was willst du von mir? Nein, du bist Killer. Ich bin neben dir. Hallo? Ey, du stehst überhaupt nicht neben mir. Hä, ich stehe da voll neben mir. Äh, in dir. Ja, neben mir, ja. Ja. Alter, das gibt's... Und Woosa ist wieder weg. Tschüss, der geht einfach. Scheiß auf alle. Okay. Wir gewinnen jetzt. Okay, dann kann ich jetzt wieder super failen. Wir gewinnen jetzt. Aber wenigstens hat man mal ne Chance. Auf geht's, wir gewinnen jetzt. Arschloch, Erik. Okay, haben wir hier Leute die hauen können? Genau, Tobi kann hauen. Nice. Tobi, verprüge den Erik mal richtig fertig. Erik, komm her. Der schmeckt so'n Helm, ey. Oh, das ist der richtige Raum. Das ist, glaub ich, nicht der richtige Raum. What? Maybe we grab the fuel. Oh, die Punze, Alter. Ah, der macht hier seine Fallen hin. Kommst'n da rauf, ey. Erik, geh bitte. Geh bitte, Erik. Wir scheißen auf dich, Erik. Aber du bist immer noch sympathisch als Woosa. Woosa, woosa. So, auf geht's. Ey, was soll'n die Kacke? Direkt ins Web raus. Ja, drei Stück. Ich hab grad mit Woosa das Battle des meisten Straps holen hier. Ich schau' denen grad alles weg, jawohl. Oh, das. Hat er wieder gepup't, ne? Hat er gepfurcht. Oh, was? Was? Oh nein, Tobi, er war im Schacht. Was? Erik, du dreckst er auf. Nein. Nein, er war im Schacht. Boah. Das ist ja nice. Ich hab den Schacht gar nicht gesehen, Alter. Ja, Tobi. Mann, ey, pass doch mal auf jetzt, ey. Du hilfst uns gar nicht im Team, ey, du Arschloch. Okay, ich spiel' mal einen, ne? Hä? Der ist ja oben hier oben. Ich glaub, er ist oben wieder, der ist wieder oben. Ja, ja, der ist da oben, der ist oben. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, ich hab's. Achso, okay. Und runter. Ich kann das nicht auf... Ah, okay, es. Okay, Tobi, wo bist du? Ich hab das. Er ist hinter, hinter dir. Oh nein. Einen Moment. Ich kann nix machen. Jawoll. Hä? Nein, nein, nein. Nein, kaputt. Mann, kaputt. Oh, er hat nicht viel gemacht, nein. Lass ihn sterben. Geht weg da, geht weg da! Leute! Ah, wow. Oh, du hast Pan getötet? Ja, was soll ich machen, wenn... Was, du hast Pan getötet? Boah, was bist du denn so... Ach, halt deinen Mau, du Schimmelkopf, Alter. Boah, das ist widerlich. Oh mein Gott, nu. Oh, der so ne Freund hat auch keine Freundin mehr. Der wäre so ne Pipebom geschmissen. Die kann eben auch Teammates killen. So. Ey, ich will confirm machen, hast du hier. Wie der sich aufregt, der ist halt echt voll am schwitzen, ne? Der ist richtig im Cry-Hard-Modo toll. Stimmt aber echt. Stimmt aber echt. Er denkt nur, Punkte, Punkte, Punkte. Ey, komm, wir... Komm, wir arbeiten jetzt mit Erik zusammen. Und machen das der Erik immer wieder. Ja, Erik. Ja, ist echt so. Ich kenne nur Wooser die ganze Zeit. Hey, Tori, was geht ab? Ja, was geht? Ja, Kima Null Wooser, komm. Kima Null Wooser? Wir helfen dem auch nicht. Oh nein, so ass ich mich. Ey, passt auf! Oh, Entschuldigung. Hey, was denn? Na gut. Pass auf, Geri. Gut. Hilfe, Hilfe, rufe mich hier raus. Wahweh, rumheul, seufz. Oh, danke. Lul, Pan war gefangen, Lul. OMG Lul. Omega Lul. Weißt du, in so einem Game, Alter, wie kann man sich denn... Der ist schon ein Arsch auf jeden Fall. Es ist so dumm. Oh, der ist ja tot. Komm, wir holen den mal nicht wieder. Nee, holen wir jetzt auch nicht. Ach, der ist tot? Ja. Hä, der ist tot und hat uns... Ach, deswegen. Deswegen war der sauer, oder was? Weil, ey, jetzt einmal gestorben ist. Der hat uns von alle gekillt, der Wichser. Der Erik ist hier. Hm? Kann ich noch nix für, wenn er schlecht ist. You stay dead! Ach so, weil du ihn wahrscheinlich gekillt hast, Curry, deshalb. Hä? Der stirbt halt auch einfach, ne? Krass, dass der so stirbt, ey. Richtig schlecht von ihm. Macht der sonst niemand. Lul. Omega Lul. Oh, Vorsicht. Ich hör wieder, irgendwann. Hey, Leute. Ja, mach ihn kaputt! Mach ihn kaputt! Oh, nee, oh, nee. Hey, komm, die Scheißtreppe! Die Scheiße! Tobi! I'm gonna go live on your ass! Was? Was machen der für die Brüche? Lass mich damit kurz... War kaputt! Einmal noch! Einmal noch! Nein! Nein! Wollt ihr mich? Wollt ihr mich verraten? Null! Ja! Ich leg mich mal hin! Eine milde Gabe! Eine milde Gabe! Das geht ja nicht. Warte, ich hiel euch gleich. Hiel euch gleich. Hiel! Warte, wie hell ist das? Okay, mit dem Axtwasser kann ich gar nicht umgehen. Ey, der macht halt echt viel Schaden, ne? Das ist halt schon nicht mehr feierlich, ey. Was ist denn du, Tobi? Alter, der ist sau langsam. Heel! 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 Danke. Ich kann nicht healen, während ich... Ah, ich muss gar nicht drücken. Alter, der Killer wird mitgeschliffen von dem Kran irgendwie unten. An der Treppe. Fuck! Hä? Was? Was soll er denn? Ich kann... Ich kann nicht healen. Ich kann grad nicht healen, Alter. Warte doch jetzt. Hier bitte schön. Tschüss! Hä? Was ist hier vorhin los? Oh Gott, da ist er! Da oben in der Ecke! Links, Vorsicht! Wir fahren auf ihn zu! Aha! Aha! Äh... Hilfe! Warte mal bitte! Ähm... Erik! Nü, Erik! Nü, Erik, hast du einen kurz... Wieder hinter der Matte verschwindet. Hey, geh mal weg, Erik! Oh, nee! Alter, das gibt's doch nicht! Heil dich, ich, heil dich, ich, heil dich. Kommt man denn hier nach oben verdammter Axt? Mehr heilen kann ich dich nicht. Du darfst eigentlich, ne? Ah, nee, das ist, äh... Ja, ja, wir haben hier hier nicht, weh hier nicht. Nö. Sorry, Woosa, aber für solche Beleidigungen Da machen wir dann nicht mehr mit, ne? Da haben wir hier den Klassensprecher Dann schaffen wir auch ohne dich Ja, die Klassensprecher haben entschieden Wir sind alle Klassensprecher Was wir alleine nicht schaffen Das schaffen wir eben zusammen Eben Ja, mit dem hier Ey, ey, was war denn die Scheiße? Ey, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ey, Tobi, warte mal kurz Guck mal hier, Tobi Weißt du, der ist hier, ne? Ja, egal, das ist mir scheiße Vier HP hab ich übrigens, also Vielleicht solltest du dich mal selbst teilen, Curry Achso, wie geht das? Ey, komm, einfach drücken Achso, lol Alles klar, auf geht's, ab nach oben Hoi, 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 hoi Ich mach den Timer an, ne? Nein, nein, Tobi Alter Komm hoch, schnell, komm Warte mal, warte mal, ey, ich häng fest Was soll ich denn? Nein, mein Molly liegt jetzt da unten, scheiße Okay Okay, go, 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 go Nein, er hat mich, Leute Hilfe, schnell Oh Okay, 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 okay Nein, steh, steh, steh Pan, wo willst du hin? Pan, wo willst du hin? Nein Achso, die weg Tappt auf, wieder Ja, nice, nice Er ist nicht, ich, ich, ich Schnell, schnell Ich hab dich auf ihn mitgezogen gerade Nee Achso, Arschloch Ja, doch Hey, Pan, komm, schnell Komm, schnell, Pan Ja, ja, ich komm Ich hätte jetzt den Molly da mitnehmen können, aber scheiß doch Pan, komm, komm, komm Ja, ich kann nicht rennen Er kann hier nicht spawnen, er kann hier nicht spawnen Hier kann er spawnen Let's go, let's go, let's go Ja, alles gut, alles gut Okay, nice, 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 nice Denk an seine Kette Ja, die Kette ist geil Pan, komm, komm, Pan Schnell, ey Oh mein Gott Hilfe, Hilfe Ah, lass den Kanal Oh mein Gott, ey, der muss Ah Schnell, schnell, schnell Schnell, 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 Mann, ey Oh nein, nein Du kommst mit mir Ich muss da rausfahren, es tut mir leid Es tut mir leid Ich hab jetzt doch gar nichts mehr, gar nichts mehr gecheckt, ganz im Ernst Ich auch überhaupt nicht Ich bin ein bisschen tut mir leid, aber der macht halt echt mal Ego-Trips Nee, für die Beleidigung vorhin No man, you noob No man, you noob Oh man, ey Ey, Leute, wir haben es erreicht, dass der Winter mal tot ist, geil Hammer, ey, richtig gut Hammer tot ist Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft So Wir haben es erreicht, Juhu Jetzt können wir viel nicht sterben eigentlich, schätze ich Ach ja Jetzt können wir viel nicht sterben Oh Gott, ey Ja Oh, schön, ey Er will einfach direkt wieder Killer sein Sondern oder und Nee Support no more Support no more Ja, es gibt ja verschiedene Pommes So Steakhouse-Pommes und Schrimps-Pommes Die größte Pommes ist die, wie heißt die nochmal, die es jetzt bei Meckes gibt, die äh, mit dem Cheese Die Kringeldinger, die gibt's jetzt zusammen mit dem Big Rösti, die Big Rösti Pommes, alter Das ist so geil Alter Die gönnte ich mir jetzt erstmal nach der Folge Ähm, kein Product Placement, wir kriegen kein Geld, das ist in Ordnung Ja, ich leg alles Support no more Support no more Ich will von Meckes auch gar kein Geld, ich will einfach nur kostenloses Essen haben Ja, dann bin ich dabei, du Das wär der Hammer Geile Scheiße Damit Tobi noch fetter wird So, tschüss Ja, und Atome Leider Tome Und dankeschön übrigens an Taxi Arschzeugen Dankeschön Taxi, du geile Sau Warte mal, müssen wir nicht noch eine Runde machen? Nee, müssen wir nicht Tschüss Alles klar, tschüss Alles klar, tschüss Bis zur nächsten Folge Ciao mit V Tschüss Tschüss